Ich habe nochmals zwei Gäste, zwei junge Gäste, auch mit dem Seitenwagen unterwegs, eher unüblich. Heute in Ammoiswil, ihr seid von hier, euer Heimrennen. Wie war es heute? Ja, eine Art sehr gut, ein gutes Gefühl gehabt. Und für dich, Nebio? Es hat recht Spass gemacht, das erste Mal vor allem. Es hat mich noch angeschiessen, eine Kupplung hat es nicht mehr ganz zu tun. Das erste Mal war weg, aber er hat doch noch fertig gefahren. Und so, der Lauf hat sich schnell hingenommen. Und dann, ja, wir sind aufgestanden und wieder weiter gefahren. Also nicht irgendwie raus oder so. Euer Ziel vom heutigen Tag, habt ihr diese erfüllen? Ja, naht schon. Was waren denn die Ziele von euch? Sicher in den ersten 10. Das habt ihr sogar sehr gut geschafft. Die Leute haben ihr begeistert. Sie sind super gut gefahren. Es war schön, euch zuzuschauen. Ammoiswil, gefällt dir, Nebio? Ja, gefällt mir sehr. Aber es ist halt mehr Solo-Piste. Die Aufwärtsprünge, wenn wir die alle kumpen, wäre es sehr cool. Aber, ja, hat Spass gemacht, wirklich. Werden wir euch auch nächstes Mal wieder sehen, zusammen. Ja. Sehr schön. Janukäser, Nebio Käser, danke euch vielmals. Herzliche Gratulation zu diesem tollen Rennen heute. Und geniessen den Abend in diesem Fall noch. Tschau. Danke. Gleichfalls. Danke. Tschau.